Also auf die Idee bin ich auf ein stilles Erdchen gekommen, da hatte ich mal ein Erlebnis, da habe ich nach einem Toilettenpapier gegriffen, was auf der Heizung gelagert war und das dann benutzt. Also draußen war es kalt, die Heizung lief und es war ein wahnsinnig tolles Gefühl. Ich bin ins Internet rein, habe nachgeschaut, wo ich das Ding kaufen kann, habe gemerkt oder gesehen, dass es nirgendwo gibt, nach Patenten geschaut, ähnlichen, nichts Ähnliches, Vergleichbares gefunden und da habe ich gedacht, ich baue das einfach selber. Bis zum nächsten Mal.